Was geht? Cory hier. Ich habe in letzter Zeit häufiger über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen. Also nicht mit euch, sondern mit Freunden. Ich habe Freunde, ja. Ich möchte heute acht allgemeine Fakten über die Gaben des Geistes sprechen. Nummer eins. Es gibt unterschiedliche Typen der Gaben. Es gibt zum Beispiel Gaben, die jemanden unterstützen. Zum Beispiel die Gabe der Barmherzigkeit oder die Gabe des Gebens. Es gibt aber auch andere Gaben, die sind eher die Sprechergaben, wo es darum geht. Die Gabe des Lehrens, die Gabe der Ermahnung und Tröstung. Über all die Gaben spreche ich noch im nächsten Video. Jetzt geht es erstmal nur um das Allgemeine, die Gaben des Heiligen Geistes. Es gibt verschiedene Gaben. Das Wort, was hier genutzt wird, ist Charisma. Und das Verrückte ist, ich habe einfach mal gegoogelt, was sagt Google zu Charisma? Und da heißt es, Gesamtheit der durch den Geist Gottes bewirkten Gaben und Befähigung des Christen in der Gemeinde. Und ich habe immer gedacht, Charisma ist einfach nur die Ausstrahlung, deine Ausstrahlung. Und anscheinend impliziert allein dieses Wort schon diese Gabe von Gott. Nummer zwei. Jeder Christ hat eine Gabe. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt. Bei jedem Einzelnen von euch zeigt. Nummer drei. Die Gabe ist nicht für dich. Sondern, wenn wir Vers 7 weiterlesen, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Oder in einer anderen Übersetzung, zum Nutzen aller. Nummer vier. Du kannst sie nicht auswählen. Vers 11 sagt nämlich, Dies alles aber bewirkt ein und derselbe Geist. Und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also nicht wie er will, sondern wie er will, der Geist will. Oder in Hoffnung für alles steht, die der Geist ihm zugedacht hat. Also, es ist der Heilige Geist, der uns diese Gabe gibt. Okay, heißt das, du darfst für keine Gabe beten? Nee, das heißt natürlich nicht, wenn du, du kannst immer für alles beten. Also, wenn du eine Gabe siehst, die dir gefällt oder sowas, kannst du natürlich dafür beten. Aber der Geist entscheidet im Endeffekt, was deine Gabe ist. Es kann auch mal sein, dass er dir eine Gabe gibt, die du vielleicht im ersten Sinn nicht so fühlst. Aber später wirst du dann merken, wenn du danach gehst, dass das wirklich deine Gabe war. Und deine Gabe ist. Fünftens, das Zehn, fünftens. Deine Gabe ist notwendig und essentiell für das Leib Christi. Also Leib Christi für die Gemeinde. Und daran kannst du ja auch nichts ändern, auch wenn du es nicht glaubst. Weil in 15 heißt es, Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Also auch wenn du sagst, nee, nee, meine Gabe ist so mickrig, so unrelevant. Nein, du bist trotzdem Teil dieser Gemeinde, Teil des Leib Christis und notwendig. Noch viel stärker finde ich im Vers 22. Für die Leute, die wirklich dieses Gefühl haben, nee, nee, meine Gabe ist gar nicht so toll wie die Gabe von dem anderen oder wie auch immer. Hier in 22 steht, viel mehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutend erscheinen, besonders wichtig. Es ist so schön zu sehen, auch wenn du vielleicht nicht der Pastor bist und andere Leute belehrst. Trotzdem ist es so wertvoll. Und für die, die denken, die sind vielleicht ein bisschen was Besseres, habe ich Punkt 6. Keine Gabe ist wichtiger als die andere. Und das nehme ich aus Vers 21. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wie das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Also es gibt kein, wir brauchen einen Pastor, aber wir brauchen niemanden, der Seelsorge macht oder so. Wir alle mit unseren ganzen Gaben dienen einer Gemeinde und wir brauchen jeden Einzelnen. Egal wie unwichtig er erscheint oder wie wichtig er erscheint, wir brauchen jeden Einzelnen und du bist nicht wichtiger als der andere. Punkt 7, auch ein bisschen zu diesem Thema. Gaben sollten ermutigt und gefördert werden. Und wir sollten allgemein einen Zusammenhalt haben. Denn es heißt in Vers 26, leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Wir sind ein Leib, wir gehören alle zusammen, wir ehren uns und ermutigen uns gegenseitig, sodass alle ihre Aufgaben, alle ihre Gaben bringen können. Und zum Schluss, nochmal etwas ernster. Wir werden am Ende unserer Zeit dafür verantwortlich gemacht, wie wir mit unseren Gaben umgegangen sind. Und da habe ich Matthäus 25, 14 bis 30 für euch, wo es um das Gleichnis mit den Talenten geht. Der eine kriegt so und so viele Talente, der andere kriegt so und so viele Talente. Und der letzte, der hat einfach nichts daraus gemacht. Der Heilige Geist hat uns Gaben gegeben, hat uns Talente gegeben. Und wir haben jetzt die Aufgabe, sie zu multiplizieren, um sie zu entwickeln und dem Leib Christi, die Gemeinde, dadurch zu dienen. Das nur so generell über die Geistesgaben. Ich werde noch ein Video darüber machen, was gibt es alles für Geistesgaben und wie ihr herausfinden könnt, welche Gaben ihr habt. Also, wenn ihr kein Video davon verpassen wollt, abonniert doch den Channel, aktiviert die Glocke und dann werdet ihr es nicht verpassen. Macht Sinn, oder? Schreibt mir unten in die Kommentare, wie das Wetter ist. Ich habe keine Ahnung, was ihr sonst hinschreiben sollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Cory hier, ihr da. Alles klar.